Hallo zusammen und herzlich willkommen unter harter Beschuss in Imperium Galaxy Zweifel. Oben ist der Gegner und Minjas nimmt ihn unter Beschuss. Er weiß nicht, wie er sich drehen soll, weil er auf ne... Ach, über uns, Mann. Musst du mir doch sagen? Hallöchen erstmal. Ich dachte, du hättest ihn gesehen. Hallo, Herr Fleischhammer. Weitere Folge, harte Action direkt zum Beginn. Wir können hier hoch übrigens, hier geht ne Treppe hoch. Oh, hier ist noch einer! Und er trifft sehr gut, ich hab dich nachgeladen, der macht mich flatt. Fleischhammer, der macht mich flatt, ich hab keine, äh... Ach, da ist er! Ach, Fleischhammer! Der trifft auf mich sehr gut. Oh, was ist hier? Ich bin irgendwo in den Raum gespawnt, wo Gegner sind. Ja, ich muss ja... Schreie nicht so rum. Warte, ich komme zu dir. Was sind das jetzt? Ja, Mann, jetzt sind irgendwelche Roboter, siehst du denn? Jetzt bin ich draußen. Laufende... Hier sind Drohnen, die beschießen unser Raumschiff. Zwei Drohnen. Fahne ich rein? Ja. Du kannst, du kannst quasi fast gleich reinkommen. Äh, warte. Da sind ein bisschen Roboter hier, die rumlaufen. Hier sind Drohnen. Okay, hab ich geklärt. Warum ist das so langsam? Hab ich meine Maus langsamer gestellt? Auf V. So. Oh, von links. Oh, was ne Action. Hier sind zwei Drohnen. Oh, warte. Ich muss wieder in die Innenansicht. Das geht irgendwie leichter. Die schießen... Wer schießt denn? Ich schieß... Ich schieß... Ja! Auf unseren... Ich bin... Ich bin im Raumschiff. Hab ich geklärt. Oh, da sind noch richtig viele Gegner. Oh, hier sind noch... Hier sind noch andere Gegner. Warte, ich muss jetzt draußen den Luftraum klären. Luftraum sauber. Die Slender sind hier auch... Die Slender Viecher sind hier auch. Die Slender sind hier auch, die von... Von dem Dings vor der... Ja, die sind hier auch. Okay, warte. Ich... Ich parke jetzt erstmal wieder die Hütte. Und die greifen mich Hahn an. Ja, ich hab... Ich bin zweimal gestorben. So. Gibt's da noch ein Tee? Tee? Ja, das ist ein alt Nachlager. Hi! Das klingt nicht gut. Nee, das ist auch nicht. Hier sind noch Verschuss drin. Du bist doch tot. Oh, Alter, voll. Kommt gleich noch mehr. Scheiße, hier ist ja noch... Hier sind ja noch zwei. Hier sind richtig viele noch. Oh. Fuck. Ja, 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 ja. Ich will nicht nochmal sterben. Assis. Assi. Hör auf zu schießen. Mist. Na, gucken, wo ich jetzt rauskomme. Oh, ey, draußen. Draußen ist irgendwas los. Ich bin draußen. Das Ding wird beschossen. Y. Steigen. Was schießt ihr auf uns? Noch eine Drohne. Warum kommen die Drohnen? Drohne weg. Nein, nein, nein. Bitte Raumschiff. Der Raumschiff fliegt irgendwie umher. Das bin ich. Ah, super. Ich bin da eingestiegen. Hab's so platt gemalt. Kommt noch jemand. Da ist noch jemand. Muss ich nicht rauskommen, ne? Nein, musst du nicht. Aber ich bin halt nicht so erfahrene Kampfpilot. Boah, Mann. Was ist denn mit Nachladen, Digga? Bleib doch mal nach jetzt. Wo ist die Drohne hin? Eben kamen doch hier Raketen. Ist das eine Drohne? Das ist eine Drohne. Ich kann mir nur helfen. Ich weiß nicht. Zehn Elienplast waren die bei. Wo kommen denn die Drohnen her? Mach Licht an. Okay. Wie geht Licht an? T? Okay. Ich glaube, Licht gibt es nicht mehr an unserem Raumschiff. Es leuchtet zumindest nichts mehr. So, wo ist hier noch ein Drohne? Alter, jetzt bin ich dreimal gestorben. Mein Rucksack liegt in diesem großen Raum. Ja. Geht mir ähnlich. Ich glaube, wir müssen die Base zerstören mit Hilfe von... Kannst du mich abholen? Ach, da bist du. Okay. Soll ich draufballern? Ähm, warte mal. Wie kriege ich jetzt an meinen Rucksack? Nee, warte, ich steige nochmal runter. Soll ich unseren Zugang machen? Durch den Boden? Ja, hier. Komm mal her, hier. Ja. Ich glaube, das war hier. Irgendwie in den Boden rindschräg. Ja, warte mal. Ich mache hier an der Seite. Okay, ein bisschen beiseite. Ja, genau. Wiegt leider gleich vorne. Er bockt. Willst du gucken? Oh ja, du bist drin. Gut. Zugang gelegt? Ja. So weit, so gut. Oh, da wieder unten ist er. Soll ich nochmal reinhalten? Dann treffe ich dich hier, wenn du... Ja, ja, nee. Du musst es von weiter schräg reinhalten. Ja, so weiter. Weiter nach links. Schieß. Flieger's. Weiter. Du musst auch wieder nach links. So. Hallo. Na? Der wird beschossen überall. Der wird immer alles schreitend tot. Oh Mann. Das ist krass hier. Okay, ich sehe meinen Rucksack da liegen. Das ist gut. Hoffentlich ist da noch ein Rucksack dabei, der... Nö? Ich will laufen. Ist hier irgendwas bei? Ich lande jetzt erstmal. Du hast die ganze Drohne... Guck mal. Land mal und guck mal, ob in so einem Raumschiff vielleicht nicht doch eine... Knarre oder so hat das... Guck mal die Drohnen durch. Vielleicht ist hier irgendwas. Ist aber nicht die Katze hier... Alter Vater, ey. Milias, fliegt den Raumschiff weg. Sofort. 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 Nein. Wo kommen denn diese Drohnen her? Wir müssen jetzt aufräumen, Fleischhammer. Ja, wach. Ich zieh's. Gib ihr. Gib ihr. Hast du auf den Kopf? Ist da noch jemand oder was? Ne, zwei waren's. Okay. Alter, was ist denn das für eine Folge? Wir wollten eben nur noch schnell die Basis noch durchsuchen. Nur mal schnell, genau. Darf ich auch durch die Tür gehen? Nein. Wie, das jetzt nochmal? Wo? Kannst du nochmal probieren, hier rin zu halten? Und zwar? Genauso wie du am Anfang rin gehalten hast. Das steht da, da unten. Okay, weiter. Bin gespannt. Auf die Richtung? Perfekt. Reicht schon, reicht schon, reicht schon. Reicht schon. Das ist dein Rucksack, der da liegt, glaube ich. Okay, warte, ich lande. Ja. Kommt hier noch eine Drohne? Oh Gott. Da kommt noch eine Drohne. Ach, fuck. Ey, sag mal hier. Ich eier an so einen komischen Roboter-Dinger rum. So eine Erz-Budiz-Wurst. Ja. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ist hier irgendwas drinnen, was ich benutzen kann? Ja, nehm. Sturmgewehr und diese Pistole. Ich kläre das mit der Drohne hinten erstmal. Mach das mal. Oh meine Damen und Herren, jetzt hier zum Druckrasser. Jetzt hier zieht es mir noch nicht. Eine neue Runde. Eine neue Wartungspart. Und jetzt die nächste Runde rückwärts. Oh Gott, da kommt ein anderes Fies hoch, Mann. Die Drohne will nämlich trollen. Oh, das waren die letzten Schüsse. Das ist ja blöd. Okay. Mann, die wird bei. Eier im Plasma. Eier in Teile. Okay. Okay. So, ich guck mal, ob hier noch was rumfliegt. Hallo. Wie geht's euch? Alles klar. Was war das denn eben? Ruti geschossen? Ja, ja, klar. Bö. So, ich hoffe, jetzt kommt nichts mehr. Ich lande jetzt rum schon nochmal. Aber vielleicht ein bisschen weiter hinten. Nein, komm schon was jetzt. So, es wird zumindest hell. Jetzt sieht man zumindest was, wenn hier was kommen sollte. Okay, ich gehe jetzt runter. Doch, so ein Vieh, ey. Boah, ich spawne immer mehr von den Vieren. Komm mal zu deinem Rucksack hier. Ja, ja. Ich brauche nur ein zweiter, ein zweiter Feuerchen hier. Ich komm her. Okay, Gesundheit, Essen. Oh, hier geht sie runter. Oh, Gott. Und die Eier. Da ahne ich, dass ich nieder. Oh, meine Maus ist, ich muss sie um den langsamer stellen. Maus. Du hast dir gar keine Waffe mehr übrig gelassen. Doch, da ist noch mal drin. Ja, ein Lasergewehr. Na, das war, na, na, wie, wat? Wo ist das im G hin? Im G? Ja genau, mein Lasergewehr hat nämlich keine Munition mehr. Das war eben mein Problem im Kampf gegen den Alienkacker. Und hier ist er noch mehr. Hoch. Ich komm durcheinander. Jetzt. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Mein Problem ist... Alter, das Ding ist, wir müssen den... Kern. Ich hab ihn gesehen. Wo ist er? Ich bin tot. Der ist noch eine Etage tiefer. Wir haben keine Kammer, äh, keine Waffen. Ich kann höchstens mich drunter buddeln. Meine Waffe ist doch irgendwo. Ja, wo ist denn deine Waffe? Ja, irgendwo. Ja, ich hab... Ich hab sie quasi schon fast mal gefunden gehabt. Mein Problem. Kambodscha 68. Vietnam. Mann. Oh, ich hasse dieses... Also ich bin jetzt hier drin, aber das Problem ist jetzt für mich... Na? Hier ist noch eine Tür. Alter, was sind das? Was sind das für Viecher hier überall? Oh, hi Jungs. Ah, shit. Vielleicht das mal öffnen. Also weiß ich, ich mach die Wares gleich kaputt. Fleischhammer Art. Im Raumschiff, aber sag mir Bescheid, wenn du anfängst. So, dann hast du deine Sachen, hast du ja durch die hier, ne? Ja. Wo bist du jetzt hin? Ah, da hinten ist er. Ich bin hier in den Gang drin. Hier, irgendwo ist nicht nur mein Rucksack. Da haben sie keine Waffen. Der hat ein Medipack dabei. So, du hast den Kern gefunden? Ja. Da ist ein Loch im Boden, da wo du bist. Mit draußen auf unser Raumschiff geschossen? Kann das sein? Ja, das kann sein. Wie kommen wir hier raus? Welche Richtung? Scheiße, hier ist ein Typ. Ich probiere das Raumschiff zu retten. Da, da. Wir müssen hier irgendwie raus. Ja. Ich bin fast draußen. Oh schon. Nein. Die Scheiße. Nein. Ich krieg's. Oh Gott. Rein, 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 rein. Ist er drin? Flieg. Ja. Und wo? Asi. Da kommt die Kavallerie. Hast du einen Wichser. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. So, jetzt reicht's mir. Fliegen wir zurück? Im Arsch. Wir brauchen meine Waffen. Ja, ja. Ich auch. Gut, den Maiskram habe ich ja. Abbauwerkzeug etc. Hast du einen Kern gefunden? Nee. Oder bohrst du dich gerade vor? Ja, genau. Schweine! Ich glaube die anderen Drohnen, die sind despawned. Das ist so ein ganz fieses Labyrinth irgendwie. Ich bin jetzt hier oben. Siehst du mich? Nee, ich habe gerade keinen Blut. Wenn du schießt, dann... Ich habe den Kern. Okay. Der Kern ist kaputt? Ja. Wir müssen nur noch diese Viecher mal anhaben. Ja, das reicht mir. Ich habe ja keine Waffe. Wenn du schießt, habe ich voll die Aussätze. Okay, warte. Ich loote das. Ich fliege hier runter. Oh, Mist. Wie, du fliegst mit dem Raumschuh unten rein? Ja. Weißt du was? Dann gib mir doch keine Knallen. Die knurren aber immer noch. Ich hätte jetzt gerne Pistole. Ich will mich hart rechnen. Alter, was machst du denn da? Also bei mir ist hier noch Sand, Erde. Haus, Baum. Bei mir ist hier noch Dings. Schnee ist da im Weg bei mir. Du kriegst da ein Breitspüsterkopf. So, Munition habe ich. Mir fehlt nur noch die passende Wumse. Ah, okay. Du hast dich nach unten gebohrt. Ja. Warte mal. Wo kloppt er? Warte mal, hier ist noch... Oh, nein. Ich bin ausgestiegen. Du, Jod. Das Raumschuh steckt da drin. Das hängt da jetzt ein bisschen rum, ne? Hi. Hier sind so viele Viecher wie hier. Ich bin tot. So viele Viecher. Das Raumschuh hängt da so ein bisschen rum jetzt, ne? Das muss ich der Nagenwelt festhalten. Alter. Hi. Na? Was machen wir jetzt eigentlich unter uns? Hier können wir uns nicht irgendwie einigen? Vier. Zehn. Du hast das Ding da unten versenkt. Nein, das geht noch. Da kommt eine Waffe gefunden. Steckt da drin. Da ist eine Schriftflüte gefunden. Da hast du eine Schriftflüte gefunden. Ja. Wie komme ich da jetzt dran? Ja. Was soll ich dir sagen? Ich mache jetzt hier Jump'n'Run à la Mario und Luigi. It's a me. It's a Mario. It's a Mario. Oh, ich muss noch was. Ich versuche jetzt hier reinzukommen. Nein. Oh, Gott. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir müssen noch was rauskommen. Oh Gott, jetzt hat mich so ein Viecher frischen. Oh Mann, ey. Das ist unfassbar. Okay, schaffe ich das? Wollen wir mal? Ich bin drin. Ich bin drin. Soll ich schießen oder bist du das? Nee, schieß. Schieß. Nee, no. Ich kriege sie ab. Hi. Da liegt ein Rucksack. Ist das deiner? Ja. Das stimmt. Da lag ein Rucksack. Nee, er liegt noch da. Okay, ich fliege jetzt raus. Ah, ich bin verkantet. Oh Gott, ich bin echt tot. Ich bin tot. Okay, ich bin aus. Das sind einfach viel zu viele... Du hast unser Raumschiff fast hier verkeilt. Erzähl doch nicht. Wir fliegen jetzt zurück. Holen, unsere Waffen kommen wieder. Das ist eine Drohne. Ich brauche... Ja, äh. Hier irgendwie im... Der will nicht. Nee. Bully. Komm, wir fliegen zurück. Steig ein jetzt. Steig ein. Ich mag hier nichts mehr machen. Das ist asoziales Verhalten. Bist du drin? Ja. Ab nach Hause. Mann, ey. Achim. Ich hasse das mit dem Rückzug. Ja, nee. Komm, komm wieder. Du hast das Ding hier in die Erde gebaut. Oh, ich habe... Harten... Moment, Moment, Moment. Ich habe einen Sauerstoffmangel. Ich kann aber Helm ausziehen, ne? Der müsste gehen, oder? Kannst es haben, ja. Kannst es haben. Aber sterbe ich dann. Das blinkt rot. Äh. Ja. Okay, ich lande mal ganz kurz. Nee, ich steig doch aus hier. Und dann gehst du hinten auf... Dafür ist ja dieser Überhang da. Probier doch mal. Soll man jetzt jetzt aussteigen? Ja, wenn nicht, dann hole ich ab. Los. Ich gehe jetzt mal runter. Will er nicht ganz so hoch fliegen. Weißt du, wenn wir eine Chance haben. Ja, genau. Nicht ganz landen. Mal ausprobieren. Einfach ausprobieren. So, jetzt. Okay, Moment. Helm erstmal, Jetpack Helm U an. Siehst du, wäre schiefgegangen. Naja, gut. Schaffst du es? Ja. Was machen wir jetzt, wenn du auch durchfällst, mein Freund? Alles gut. Ich stehe auf dem Raumschiff. Okay. Mach hin. Ich blinke rot. Ich blinke richtig rot. Ich werde gleich sterben. Komm runter mit der Hütte. Ach, ich muss hinten hin. Puh. Meier hat's. Und? Äh, da ist nix. Da ist kein Sauerstoff drin. Guck in den Kissen. Okay. Habe ich. Oh. Oh, das war knapp. Was ne Folge. Wenn du da drin bleibst, wenn ich jetzt hochfliege, meinst du, was passiert war? Ja, ich pack durch. Ah. Nein, nein. Ne, das ging auch. Das war bei Space Engineers auch so. Da gab es dann irgendwann Beifahrersitze. Ich habe immer noch Hunger. Kann ich die Alien-Teile essen? Masse, Hitpoints, Panzerung. Die Team. Okay, ist egal. Ist es gelb. Komm. Flieg los. Komm, flieg los. Ab nach Hause. Das schaffen wir. Ich bin schon drin. Ja, ich bin schon drin. Alter, was ist ne Folge. Alien-Basis des Todes. Was war das eben? Ich habe kurz an- und ausgemacht. Die ACS resetten. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, jetzt lenkt er sich besser. Wir sehen. Ach, hier vorne. Ich habe doch zwei Generatoren sehe gerade. Einhörig rechts in den Cockpit, wie du siehst. Ja, sieht man jetzt. Man hat auch einen guten Blick ins Raum. Also ich finde es auch sehr praktisch, dass man hier mal so... Ja, das sieht man ein bisschen hinter rein. Der Panzer hat die Tür gehalten. Ja. So. Die Gebärte hat das raus. 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 Und du bohrst mit dem Raumschiff in die Station rein. Das Mann R steigt aus und keilt das Ding fest. Das hast du gar nicht gesagt. Das war dir von vornherein bewusst, dass ich das, wenn ich ihn zu viel kriege... Kamikaze-Aktionsstatus. Das ist denn... Das benutze, was noch schießt, was wir haben hier. Ich habe auch einen neuen Plan. Ich werde ein Angriffsraumschiff bauen. Bestehend aus einer riesen Platte vorne. Mit ungefähr 20 Raketenwerfern. Wollen wir mal probieren? So ein richtig hartes Ding bauen? So was... Wo du abfeuerst, wo erst das Spiel stehen bleibt? Ja, gerne. Machen wir in der nächsten Folge. Wir machen Raumschiffbau, aber wir machen erstmal unser Minimalistik-Raumschiff. Genau, Minimalistik. Wir wollten gucken, inwieweit man ein Raumschiff minimal ausbauen kann. Also am besten nur aus den Bauteilen, die notwendig sind. Und wie sich das Ganze fliegt, das erfahrt ihr aber erst in der nächsten Folge. Denn dann wird minimalistisch gebaut und in der nächsten Folgen bauen wir... Maximalistisch. Maximalistisch, genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge von Imperium Galactic Survival wieder. Ein langes Wort, schöne Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.